Hallo Leute, schön, dass ihr mit dabei seid, hier zu unserem Frankenreich und Tesoloog, äh ne, nicht Tesoloog-Kartie, äh, Frankokartie wollen wir machen, genau. Ähm, letztes Mal haben wir noch am Ende schnell das große Schissmalgehalt, jetzt sind hier alle schön katholisch auf einmal. Ja, oder die meisten zumindest haben gewechselt. Dummerweise nicht der... Dingens? Hätten wir vielleicht warten sollen. Naja, schade. Aber egal. So, wir müssen hier noch ein bisschen erobern. Ich habe gesehen, hier oben dauert der Spaß zwei Jahre. Ich glaube, da klopfe ich lieber auf irgendwelche Armeen, als da jetzt was zu machen. Genau, wir sind jetzt ein Heiliger, sehr gut. Äh, oh hier, da. Sauerei. Einfach hier direkt gewechselt. Katja, tun okay. Kärfer lang. Gleich mal wieder zurück wechseln. Die Brüsen sei Gott, ist ja gut. Tue, dass die Religion nicht mehr mit wechseln, der hier muss auch mal wechseln. Schwaches Druckmittel, das ist aber nicht schön. Ja, egal. Ich mache es trotzdem mal. So, okay. Gut, gut. Hier drüben ist alles schön katholisch. Oh, die haben schon, die Worte schon angefangen. Der muss auch mal. Der auch. Geht der so nicht, ja. Wo der jetzt hundert Prozent braucht. Sehr cool. Okay, schauen wir mal. So, gebring sei Gott, gebring sei Gott. Und du willst nicht. Gleich schon mal ein Kerker. 70 Prozent ist mir ein bisschen zu wenig. Zumindest nicht so lange ich noch im Krieg bin. Vier Monate, ey. Oh, ich schlamm. Mein Gemahlinstab, der wird es uns auch bald herhin rufen. Verdammt. Ach ja, wir können übrigens die Nachfolge ändern. Auf die Großteilung. Dann kriege ich der... Ne, warte mal. Wer kriegt das? Alle Kinder ererben. Aber ich kriege das meiste, ne? Nö, Kinder erhalten. Dann Titel. Wir gehen mit dem Gleichgang des Haupttels. Okay. Ändern wir doch mal das Gesetz. Man hätte auch Haus Senix machen können. Aber er kriegt das älteste Hausmitglied. Ich weiß nicht genau, was das bringen soll, wenn man das macht. Hätte ich gesagt. Wieso kriegt er jetzt zwei Titel? Verstehe ich nicht so ganz. Okay. Hm. Na gut. Bin ich was vorisch? Tomatis. Das passt. Trägt er das in Nien und Andalusien. Ja, ist okay. Ach, wer kommt denn da? Ich will diese komische Amtbauen nie geerbt, ey. Das nervt jedes Mal irgendwie die. So, Meinung erhöhen. Nicht mehr verschickt werden, okay. Genau, hier müssen wir noch ein bisschen verbessern. Okay, kann man den wieder wechseln? Nee, kann man nicht. Da, D. Ah, der Rest passt da eigentlich soweit. Okay. Der wieder runter, ne? Ja. Das habe ich schon befürchtet. Ich hole das jetzt hier aus. Der ist ja immer noch nicht durch. Sag mal. Oh, schuldig. Ist ja schlimm. Endlich. So. Wo ist denn hier die nächste Festung? Da unten, oder was? Na gut. Dann flitzt man da rüber. Oh, der ist schon wieder der Dingens draußen. Ich werde gerne einen belagern. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Haben wir aber nicht. Na toll. Okay. Dann halt nicht. Wurstig halt, wir haben gar kein Geld mehr. Ach so, wir haben es ja am letzten Mal alles ausgegeben. Damit wir Glaubens-Ikone wählen können. Da brauchen wir jetzt eigentlich auch keine Pilgerreise mehr machen. Ich will mal den Haken wieder rausnehmen. Da brauche ich nicht. Kommt wieder Baum, Püppel. Ist ja nervig. So, wie du dann brauchst. Drei Monate. Das geht. Das geht tatsächlich. So. So, das hier auch noch erobern. Ja, toll. Und dann rechtzeitig hin. Nee, ne? Okay. Dann nehmen wir auch mal das Schiff. Dann nehmen wir auch mal das Schiff. Der ist bestimmt hier runter. Würde ich jetzt mal vermogen. Ja. Dann schaffen wir es noch. Ja, sehr gut. Oh, oh. Jetzt aber schnell. Oh, sehr geil. Kriegt man gefangen genommen. Krieg in 1800 Ruhm. Aber kein Geld. Schade. Sehr, sehr schade. So, eine auflösen. So, dann musst du mal. Wird annehmen. Sehr gut. Wie, hier kann ich dich nicht bekehren? Weil lassen wandern. Ich kann dich nicht bekehren. Ach so, du bist schon bekehren. Okay. Das geht voran. 50. Okay. So. Wunderbar. Vielleicht haben wir uns auch schon gewechselt. So, jetzt müssen wir uns bloß noch wieder mögen, ne? Schauen wir mal. So, jetzt fehlt uns ja bloß noch hier der kleine Zippel. Na, super. Wegen sowas, wenn du jetzt kriegst du, nee. Na, toll. Wir könnten mal noch ein paar Gefangene freilassen, ne? Äh. Was warte ich, genau? Gib mir dein Geld. Er hat kein Geld. Oh, Druckmittel. Oh, Druckmittel. Geld. Der hat kein Geld. Der hat auch kein Geld. Der hat ein bisschen Geld. Komm, wegen 10 mache ich da jetzt nicht rum. Das können sie gern behalten. Okay. Okay, das reicht. Müssen wir jetzt ganz schnell wieder ins Plus kommen. Genau, wunderbar. Nicht mehr pleite. So, jetzt haben wir die gerne Kirchen gebaut, die man gar nicht mehr braucht. Schon klar. Ein Bauernhof in Paris gebaut. So, was können wir denn nochmal aufgeboten? Ist ja schon gut. Wir haben hier einen Haufen. Schaut es und so mit Rittern aus. Ich stehe mal sehr gut da. So, gefällt mir das. Bänkespiel. Ja. Mal abziehen. Meinung erhöhen. Okay. Geht nicht, weil... Achso, die ist 14. Hm. Matrina. Oh. Könnten zusammen heiraten. Mit dem Halbbruder von uns. Das macht nix. Nicht in Zucht. Bleib doch in der Familie. So. Diese alle rausgelassenen wollen. So, wir können dann langsam sterben. Das passt so. Können wir mal nochmal hier drauf wechseln, würde ich sagen. Gehen wir noch ein bisschen auf die Verwaltung. Ja, komm, alle raus mit euch. War es schon. Jetzt müssen wir nochmal warten wegen dem Krieg. Fünf Tage, dann geht's los. Große Religionskrieg. Dearswood. Mal wieder. Hui. Okay. Nett. Nett, 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 nett. Wo ich natürlich kein Geld habe, ne. Näääää. Könnte ich irgendwo einsetzen, sind wir. Nicht wirklich. Hier höchstens. Ist aber... Ah. Durch. Durch. So. Lässt er bilden. Ich kann mich annehmen, weil... Ich bin bereits wohlhabend. Naja. Und das wohlhabend ist. So. Lässt doch mal hier die Armee ausheben. Schauen wir mal, dass wir nicht so hoch gehen mit der Truppe. Ich will ja noch ein bisschen mit dem Plus bleiben. Oh, das war schon zu viel. Verdammt. So, dann. Na, ganz schnell darüber. Jetzt könnt ihr auch schneller machen. So, dann lande mal da. Genau. Dann schnappen wir uns mal schnell die Insel her. Dann kann da mein Halbbruder drauf. Dann passt das. Jetzt werden die hier drüben natürlich ein bisschen müden, ne. Kind meiner Dösstin. Dann drücken wir das verfallen, leider. Schade. Aber ist okay. So, wo bleiben sie denn? Der Kampf um die einen Insel, ja. Oh, jetzt sind wir auch gestorben. Deck das nach. Und drei Jahre lang regiert. Wir sind 70 geworden. Das ist doch schön. Der Geist von Kaiser Gagelmehr von Krankenreich ist im Alter von 70 Jahren und endlich diese Welt er verlassen. Er starb an Altersschwäche. Als gewissenhafter Mann war er bekannt für seine ausgewöhnliche Fähigkeiten als Ratsverwalter und Herrscher. Kaiser André versteckt den Don. André ist gegenehmig und zahlreichend freundlich. Und dann wird er bei seiner Herrschaft sicher starke Unterstützung finden. Juhu. So. Oh. Haben wir einen Haufen Anspannung. Haben wir meinen Top Erben. Erden. Also da kann man nichts sagen. Da darf uns bloß nicht wegsterben. So. Den unterrichten wir direkt mal. Oder machen wir das schon? Also kann ich euch nicht unterrichten. Verstehe ich gerade nicht. Doch. Jetzt. Der ist ja auch Prinz Gagelmehr. Okay. Wir sind ein bisschen über die Domain Schwelle. Ist ein bisschen blöd. Aber ist okay. Ich kann mitleben. So. Ah. Wir gehen auf. Auf. Warte mal. Moment. Schau mal. Jetzt mal schnell. Wie ich so mit der Treue der Untertan ausschalte. So. Irgendwie haben wir jetzt. Was verloren. Oder? Ne. Doch nicht. Ich glaube das hier drüben haben wir verloren. Ja. Centino haben wir leider verloren. Ist aber okay. Andalusien. Okay. 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 Das ist Andalusien. Müssen wir uns viele nicht. Die Dingens ist weggegangen. Für. Die. Hier. Weiß schon. Angriffskriege. Das finde ich schon mal sehr gut. Das ist aber alle sehr bescheiden hier. Das muss man schon mal so sagen. Bisschen. Was haben wir denn für den Ratspitz? Dich? Ah. Wir müssen den mal schnell ein Geschenk schicken, ne? Ein bisschen gierig, na geil. Das passt überhaupt nicht. So, wir haben immer noch kein Dings gewählt. Wir machen so unsere Königin, die ist schon wieder schwanger, okay. Na gut, gehen wir auf die Domainverwaltung. Passt das auch wieder? Kein Begünstigster im Regionskrieg, na super. Einen alten Ehebrecher, oh, die ist gut, Schwester, setz mal die Schwester ein, so, der mag uns, der mag uns nicht so, ja, ja, ich kann dir nicht jeden was schenken, ey, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich muss auf jeden Fall mal ein Festmahl veranstalten. Und mir fehlen eine Anstrengung, das ist gut. Ich muss ganz dringend anschauen und verlieren. Ei, 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 ei. So, auf geht's. Und im Idee ist ein komischer Name. André. Wie bist du drauf? Naja. Geht so. Das geht so. So. Geisenahne. Äh. Das war hier die Top-Dinge. So, das Flacke landen. Mit hier Bildung, das finde ich gut. Wollen wir noch ein bisschen rein investieren. Ein Wohlstand beschaffen. 36 ist schnell gut. Äh. Wieso? Er hat der Kaiserreich Titel? Gut. Moment. Irgendwas verpasst? Ist doch gar nicht erstellt. Er hat er dann erstellt. Moment. Habe ich hier was falsch gelesen? gingen irgendwie. Wir haben die Pfeil er perceive. O-Ri-Fu-Kotz, die Stp. In dem Fall war ich ein A-T-Ris-K-Till. So, es ist einfach mal ein A-T-G-D-eck-Till. in dem Fall war ich auch unterschiedlich. Süss-App-G-Till. die große seine spieler erben ja das ist ja klar dass das sieht dann wie buntteilung was ja verstehe ich gerade nicht so ganz wieso jetzt wieder weg wieso steht da kaiserreich germanien italien das verstehe ich jetzt nicht so ganz sehr komisch so fest mal lobenswerten leistung deckte basal meinung plus 5 aber das mal passt das neue dynastie überhaupt dass ich auch gehofft haben ja und dann der spaß jetzt zehn jahre ok aber dass man noch die anspannung bekommen so noch mal die meinung verbessert so so gefällt mir das schön schön ich habe gar keinen arzt das ist aber schlecht ich habe gar keine gäste am hofen ganz geil kann man das hier irgendwie sortieren ne ne ah hier äh äh so was wie schon mein papa das gemacht hat macht die das auch so wieder ein dauernder spaß hier noch ein paar tage noch schnappen uns mal die leute da was haben die echt alle ab hier die ist ja nervig was minus haben wir hier ganz schnell rüber dann schnappen uns noch die andere dann gehen wir gerade noch hier hoch würde ich sagen ich glaube uns die auch noch noch ein bisschen lang zwei monate lauter spaß okay dann brauchen die sechs monate okay das sollte gehen ich mache hier drüben gar nichts okay ich habe schon wieder kein geld mehr freiheitsfraktion okay das ist nicht da muss ich mal schauen habe ich noch was im gefängnis oh ja das ist sehr gut ich krieg zumindest schon mal keine anspannung ist 40 auf den scheiterhaufen mit euch wunderbar ein bisschen geld ich glaube ich brauche geld eigentlich wollte ich ja schon wieder schluss machen normalerweise schlimm 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 okay muss man kurz noch durchlaufen so krieg ich vom oberhaupt geld gegen frömmigkeit ich glaube das sollte gehen 250 das passt wo ist ein data gehabt gebrechlich oder wird es nicht mehr lange machen dann sehr gut ist wieder ein plus gut würde ich mal sagen schluss für heute danke ich mal wieder fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao ciao